Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skullin bei uns. Gestern kam Patch 1.3 raus und ich habe es heute im Stream, jetzt wo die Erinnerungen noch frisch sind, gespielt und habe viele Fragen bekommen und eine dieser Fragen möchte ich gerne aufklären, weil da sind einige Sachen echt unbeantwortet geblieben. Leider auch bei meinem Video von gestern, was ja mein erster Look war, meine erste Reaction, die ich aufnehmen wollte, meine ersten Eindrücke von dem Patch und jetzt nach einigen Stunden geht es hier weiter und deswegen fangen wir direkt an. Also die erste Frage war, ey, ich kann nicht immer aus dem Lager verkaufen. Das hatte ich eigentlich auch in meinem Video gezeigt, aber ich zeige es euch hier nochmal. Wenn ihr auf kaufen, verkaufen gedrückt, an Land, dann habt ihr hier genau da, wo ich vorsitze, einen Button Inventar durchschalten. Das gibt es auch auf dem PC, da ist es der Tab-Button, hier ist der Dreieck-Button und dann kommt ihr direkt ins Lager. Das geht auch bei Skullin und Rama und dort könnt ihr sofort verkaufen. Die nächste Frage und ich glaube, das ist ein Riesenthema und ich werde auch kein explizites Video nochmal zu den Achterstücken machen, aber ich packe das hier mit rein und nehme das quasi als Ergänzung zu meinem Achterguide, weil sich dort einiges geändert hat. Ich hatte damals gesagt, bei den Achterstücken haut alle Manufakturen auf Level 5, 6 und geht dann sofort drüber zu Afrika, holt euch Harufo und die 3, 4 Manufakturen, die gut sind. Aber das hat sich jetzt um 180 Grad gedreht, weil die Produktionsrate von Harufo sich extrem geändert hat und auch von Port de Minas und auch von Font de la Baye und Overall alle Manufakturen in Afrika nicht mehr so krass sind. Ich würde euch immer noch den Tipp geben, wenn ihr das Maximum rausholen wollt, so früh wie möglich zu Afrika rüber zu gehen, weil jede weitere Manufaktur erhöht eure Produktionsrate enorm, mehr als jedes Level auf einer Manufaktur. Aber mit den neuen Leveln würde ich gerade im Early und Midgame niemals über Level 6 gehen. Ich denke Level 6, Level 5, Level 6, Level 7 sind die Sweet Spots, worauf ihr euch einschießen solltet. Und da auf gar keinen Fall, da gibt es noch diesmal keine Ausnahme mit Harufo oder so, sondern auf gar keinen Fall über dieses Level hinausgehen, bevor ihr nicht alle andere Manufakturen habt, wenn ihr das Maximum aus den Achtermünzen herausholen wollt. Das bedeutet, alle Manufakturen auf 4, 5, 6 machen, dann rüber gehen zu Afrika. Auch alle holen und alle auf 4, 5, 6 machen. Das Imperiumsbuch, was ich ja euch noch angepriesen hatte, solltet ihr auf gar keinen Fall leveln. Das heißt für alle neuen Spieler, die jetzt noch nicht hier das Buch gelevelt haben, auf gar keinen Fall, unter gar keinen Umständen, diese Seite hier leveln, Imperiumsverwaltung, weil der Handelsroutenbonus von Additiv auf Multiplikativ geändert wurde und viel, viel, viel zu teuer ist für das, was ihr bekommt. Das dauert Wochen und Monate, bis ihr das wieder raus habt. Deswegen auf gar keinen Fall das Buch leveln, bis ihr nicht alle Manufakturen auf Level 7, 8, 9 und 10 habt und erst dann das Buch leveln. Dann, habe ich ganz oft gelesen, ey, meine Manufaktur auf Level 4 kostet jetzt 7.000, um die zu starten, die Finanzierung. Woher soll ich das ganze Silber nehmen? Erstens, guckt euch mein Silbervideo dazu an. Zweitens, bezahlt ihr ja nicht das Level der Manufaktur, so wie es bisher war, sondern die Finanzierungslänge und die Länge der Finanzierung hat sich auf den kleinen Manufakturen extremst erhöht. Das bedeutet, eine Level 4, 5 und 6 Manufaktur wird jetzt auch 10, 15, 20, 25 Stunden lang finanziert und anstatt, dass ihr alle 2 Stunden ins Game müsst und für 1.000 Münzen eure Level 4er Manufaktur starten müsst, müsst ihr jetzt alle 10 Stunden einmal reingehen und für 7.000 einmal starten. So gesehen, hat sich da gar nichts geändert mit dem Silber für die Finanzierung. Ihr müsst nur mehr Silber zahlen, weil die halt für einen längeren Zeitraum finanziert. Das wird euch, nach 2 Tagen seid ihr da eingegroovt und dann ist das für euch auch passé. Dann wurde auf den kleineren, leider kann ich das nicht zeigen, weil ich alles auf 10 habe, aber ich werde euch immer hier dieses Bild einblenden, dann habt ihr auf den kleineren Manufakturen Level 2 bis 9 viel, viel, viel mehr Kapazität. Gerade auf den unteren Rängen ist das so krass, weil ihr mit Level 4 schon 1.000 lagern könnt, mit Level 5 über 1.000. Wenn ihr das mal vorher vergleicht, da konntet ihr gerade mal 100 lagern. Das bedeutet, im besten Fall, ihr geht morgens arbeiten, geht vielleicht vor der Arbeit oder am Abend vorher online, startet die ganze Produktion und wenn ihr am Abend zurückkommt von der Arbeit oder aus der Schule, dann geht ihr rein und alle Manufakturen sind voll, keine ist ausgelaufen. Also das ist eigentlich richtig, richtig gut. Ich habe so viele Kommentare vor Wochen bekommen, ey, ich kann nicht richtig spielen, weil wenn ich auf der Arbeit bin, dann laufen meine ganzen Manufakturen aus. Wenn ich nachts schlafe, laufen meine ganzen Manufakturen aus, meine Level 4er und so. Oder meine Manufakturen laufen voll. Das ganze Problem ist weg und ich würde euch auch sogar raten, gar nicht mehr auf Manufakturen Level 8, 9 und 10 zu machen, weil das so eine wenige Steigerung ist für das, was ihr dafür bezahlen müsst. Also vertraut dem Lou, das ist eine gute Änderung. Das ist eine gute Änderung, die reingekommen ist und sowohl für Casuals gut ist, als auch für Hardcore-Zocker, weil man jetzt viel mehr Zeit hat, um andere Dinge zu tun. Dann hatte ich euch versprochen, dass ich Fort Osten machen werde. Dort muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ich hätte gehofft, dass es sich sehr viel mehr lohnen würde, aber was man bekommt, sind 2000 Achtermünzen, wenn man es besiegt. Man bekommt mehr normalen Loots, den man sowieso auch bekommt. Wir können hier drauf gehen. Also mehr Präzisionsbohrer, mehr Schraubgewinne, mehr Kampfer und so. Also nicht so interessant. Und man kriegt Bastölpel, Salpeter, Aalswörn, die Sachen, die man aus dem Schwarzmarkt bekommt. Also auch nicht so interessant. Also wirklich nicht so geil. Ich hätte mir gewünscht, dass man da vielleicht, weiß ich nicht, 50.000 Silber bekommt oder 10.000 Achtermünzen oder irgendeine Waffe, so ein Lafle, wenn man richtig lucky ist oder so. Oder Super Rain 50. Aber so wie es jetzt ist, Osten, sehr langweilig. Und was damit einhergeht, Leute, eine Änderung, die reingekommen ist, die das Schlimmste ist. Also ich bin overall sehr zufrieden mit dem Patch, aber es gibt eine Änderung, die ist so unfassbar bodenlos und das ist die Änderung, dass ihr jetzt Übernahmen vorgeschlagen bekommt, obwohl ihr schon alle Manufakturen übernommen habt. Und auch für die Leute, die noch Manufakturen brauchen, ist das auch richtig schade. Weil auf eurem Server werden jetzt immer 4, 5 Übernahmen vorgeschlagen, egal ob ihr noch welche braucht oder nicht. Und die sind immer random irgendwo. Und wir haben heute insgesamt in 6 Stunden nicht einmal Großfestung Osten bekommen. Und wir hatten auch Leute dabei, die Großfestung Osten noch offen hatten. Das bedeutet, wenn ihr euch vorstellt, dass ihr noch offene Manufakturen habt. Ihr habt die 3 hier noch offen, dann kann es sein, dass die 3 am ganzen Tag nicht kommen, weil alle Manufakturen, die ihr auch schon besitzt, Übernahmen bekommen können. Das bedeutet, ihr braucht diese 3 Stück noch in der Roten Insel. Und es werden aber die ganze Zeit irgendwelche andere Manufakturen euch gezeigt. Und ihr kriegt diese 3 einfach nie. Also eine Änderung, die ich sehr, sehr schlimm finde. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das nochmal geändert wird. Ihr seht das, hier sind gerade die Übernahmen. Übel abfuckt, dass oben links alle halbe Stunde tausendmal diese Übernahmezeichen gezeigt wird. Nervt übel. Ein Tipp von mir. Nehmt die einfach an, die allererste. Und dann sollten die restlichen weg sein. Auf dem PC kann man mit Escape die wegdrücken. Aber es ist übel nervig. Und dann seht ihr, ich habe kein Ford Großfestung Osten mit dabei. Und ja, es ist einfach nur Kacke. Ich glaube, ich habe sogar gar keinen. Doch, Ford Dubow habe ich hier. Aber ja, dann eine Sache, wieso das Ganze überhaupt implementiert wurde. Man kriegt, wenn man das abschließt, obwohl man die Manufaktur schon hat, 300 Achtermünzen und 1500 Silber. Meiner Meinung nach nur für das absolute, absolute Early Game. Wenn ihr gerade anfangt, eure ersten Manufakturen in der Roten Insel zu holen und ihr dann einmal eine Übernahmegelegenheit kommt, wo ihr nichts übernehmen könnt, dann könnte ich mir vorstellen, macht es Sinn, diese 300 Münzen mitzunehmen. Aber danach, seid ehrlich, wer macht denn eine Übernahme freiwillig für 300 Achtermünzen? Und als allerletztes müssen wir dringend über die PvP-Flagge sprechen, die sich mir nicht erschließt. Erstmal haben wir eine Umfrage gemacht, bei über 200 Leuten, bei allen Random Servern war maximal mal einer auf PvP geflaggt, wird also nicht aktiv benutzt und es bringt auch nichts. Ich habe ja die ganze Zeit gesagt, wenn du Content in ein Spiel bringst, den Leute spielen sollen, dann musst du dadurch auch irgendeinen Benefit haben. Aber durch diesen PvP-Modus hast du keinen, keinen Benefit. Wir haben es ausprobiert. Killstreak von 10 bringt dir nichts. Killstreak von 20 bringt dir nichts. Sich gegenseitig bekämpfen oder auch nicht bekämpfen bringt nichts. Dieses PvP-Modus bringt einfach nichts, außer dass ihr euch gegenseitig auf die Schnauze hauen könnt. Aber ihr kriegt keinen Loot. Die Leute können mit PvP-Flagge anankern und eure Sachen wegbringen. Ist also auch nicht so, als wären die dann, wie mit den Achtermünzen, geforst auf Wasser zu bleiben. Beziehungsweise können sie sich nicht porten oder so. Also dieser PvP-Modus ist meiner Meinung nach komplett sinnlos implementiert worden. Und was ich nicht verstehe, das geht jetzt ein bisschen zu weit im Video, aber da habe ich heute übelst abgerantet im Stream. Und ich muss es einfach nochmal sagen. Da war ein Entwicklerteam, das diese Killstreak implementiert hat im Spiel. Das wird nicht nur ein kleiner Entwickler gewesen sein. Das muss abgenommen werden, das muss getestet werden. Das läuft auch vernünftig. Da muss überprüft werden, wann kriegst du einen Kill und wann nicht. Und wann erhöht sich die Killstreak und wann ist sie wieder weg. Da muss richtig viel programmiert werden. Aber diese Killstreak hat keinen Impact auf dein Spiel, außer dass du eine Zahl dort stehen hast. Du kriegst dadurch keinen Loot. Du hast keinen Benefit dadurch. Du wirst dadurch nicht durch Gegner gejagt. Es gibt keinen Sinn dahinter, dass du eine Killstreak aufbaust. Dann gibt es noch eine Änderung zur Bug, zum Healing-Effekt, den ich noch nicht so ganz durchblicke. Manchmal healt es, manchmal nicht. In manchen Situationen healt es und manchmal healt es auch nicht. In einer Fortplünderung wurde ich irgendwie nicht gehealt und dann wieder doch. Also auch alles ganz durcheinander und irgendwie komisch. Wo die Bug vorher noch komplett OP ist, ist jetzt irgendwie komisch. Ja, das klingt alles irgendwie ein bisschen negativ, aber das ist es alles gar nicht, Leute. Das ist ein super Patch. Viele Bugs wurden rausgenommen, wir können aus dem Lager verkaufen. Ubisoft hat gehört, viele Bugs wurden entfernt. Vanickel wurde besser gemacht. Die Raketen kann man jetzt besser sehen. Ubisoft hört auf uns und ich bin mir auch sicher, dass wir irgendwann dazu kommen, dass oben links diese Übernahmegelegenheiten nicht mehr angezeigt werden. Das ist jetzt natürlich auch viel abranten, aber glaubt mir, das alles ist ein positiver Effekt und in der Zukunft werden da richtig viele positive Sachen noch kommen, weil Ubisoft auf die Community hört. Ich hoffe, ich konnte viele Fragezeichen bei euch aufklären. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, dann schreibt es unten in die Kommentare. Kommt auf den Discord, da helfen wir euch. Ansonsten würde ich mich wie immer über ein Like auf das Video freuen, über ein Follow auf den Kanal. Morgen gibt es das Update zu Diablo 4, zu Season 4, weil heute Abend findet das Campfire statt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Und ab Donnerstag bin ich auch wieder live mit Dragon's Dogma 2. Wenn ihr da dabei sein wollt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da einschalten würdet. Ab 12 Uhr geht es da rein in Dragon's Dogma 2. Wird ein sehr cooles Spiel und eine sehr coole Zeit. Skull & Bones, der nächste Termin ist am 26. März für Rodemangode, wo ich reingucken werde im Stream, wenn ihr da dabei sein wollt. Einfach mal Twitch abchecken und sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal Leute, haut rein.